Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Ich möchte heute nochmal diese Blume mit Alkohol-Inks ausprobieren und habe hier mein Harz angemischt und habe dort ein ganz kleines bisschen von meinem Lieblingsglitzer Moissanite Pearl von Dip-On reingemischt. Einfach mal um zu schauen, was noch so einen kleinen extra Sparkle gibt. So today I want to repeat the flower I did in the last video with the alcohol ink, petri ink art and the flower and just with different colors and I just mixed up my resin and added a tiny little bit of my Moissanite Pearl from Dip-On, this very fine glitter but not heavy glitter, it doesn't really sink, just to see if we can get some more sparkle in this mold. While adding my clear resin to my mold I will just let you one thing know, I will move with my office in the next three weeks so I have quite a lot of things to do. So I honestly cannot keep up the pace with every day a new video. So just to let you know, I will post videos twice, three times a week. If I have more time to pour something, there will be more videos. But yeah, just to let you know, if I'm a little bit more quiet, you know why. Ich wollte euch an dieser Stelle noch kurz mitteilen, ich ziehe mit meinem Büro um, jetzt in den nächsten drei Wochen und es sind natürlich tausend Dinge, die ich erledigen muss und Möbel schleppen muss und und und. Und ich kriege es nicht hin, jeden Tag ein neues Video zu machen. Zwei-, dreimal die Woche denke ich auf jeden Fall. Wenn ich mehr schaffe, dann natürlich mehr. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich ein bisschen stiller hier und da bin. Das liegt dann an dem Umzug, das ändert sich dann aber auch wieder. So, das also dazu. Jetzt mache ich noch ein bisschen Glitzer in die Form. Mach das so nicht überall hin, sondern quasi so ein bisschen spiralförmig. Das ist ein Glitzer von Laura's Art Corner. Der ist, ähm, da sind ein paar dickere Glitzerstücke drin und ein paar ganz feine. Ich mag diesen Chunky Glitter total gerne und ich will das nicht überall haben, deswegen mache ich das so spiralförmig. So, this Glitter is from Laura's Art Corner. If you haven't, please check out her Website, especially if you're in the US. She has amazing Glitter. And this one is like a chunky Glitter. There are bigger pieces and also really fine Glitter pieces in it and I just really love it. I just wanted to try what effects we can get if we first pour some Glitter and then drop the inks on top. So, that's why I'm doing here. Just, yeah, fill up my, or just use the rest of the Glitter and then we can move on. So, jetzt können wir mit dem Weiß anfangen. Wie immer Weiß mit weißer Pigmentpaste. Den Teil beschleunige ich mal ein bisschen, weil meine Blumen kennt ihr mittlerweile. Und, ja, ich mache einfach so zwei Drittel, mache ich voll mit einer Blume. So, now I'm adding my white. This is just clear resin mixed with white pigment paste. And I speed up this part because you know how I do my flowers, just these random wiggly lines. And the same I'm doing here, just fill in the white, not all the way to the rim of my mold, but as the resin will move towards the center, the flower will get smaller. So, I make a pretty big flower for this case and then we will add the inks. But it will shrink, the flower will be pretty small compared to how big it is right now. Also, das Harz bewegt sich ja noch in die Mitte und ich mache ja auch die Inks noch rein. Deswegen mache ich diese Blume relativ groß. Die wird aber im Endergebnis, weil das Harz sich zur Mitte bewegt, natürlich viel, viel kleiner werden. So, jetzt gehe ich gerade noch einmal mit meinem Silikonpinselchen hier rein und designe mir sozusagen die Blume. Kleiner Swirl in der Mitte noch und dann können wir mit den Inks anfangen. So, I just go in with my Silikon Tool, shape my flower, just a swirl in the center and now we can start dropping the inks. Ich habe diesmal Inks in Rot. Das sind von Octopus die Resin Inks. Einmal ein Rot, dann habe ich ein Sandalwood, was mir aber im Nachgang überhaupt nicht gefallen hat. Und ich habe ein Gelb, das ist glaube ich Sun. Und ja, die tropfe ich jetzt abwechselnd rein. Immer weiß hinterher. Das ist jetzt von Octopus das Pompom-Weiß. Mein Pinata-Weiß ist alle, deswegen müssen wir es damit mal probieren. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie der Effekt wird. Bei dem Pinata letztes Mal war das echt schön. Gucken wir einfach mal, was das Oktopus so kann. Ich habe jetzt hier gelb getropft und habe einen Tropfen von diesem Sandalwood draufgepackt. Aber mir gefällt das Sandalwood nicht, deswegen gehe ich nur noch mit gelb rein. So, ich habe meine Oktopus Resin Inks in Strawberry, which ist die red one, Sun, die yellow. Ich habe auch ein Tropfen von Sandalwood, which ist kind of a brownie, orangey color. Und ich habe nicht wirklich gelbiert, so, okay, well, ich gehe mit es. So, ich habe nicht mehr von Sandalwood, sondern die strawberry und die yellow. Und die white ist auch von Octopus, die Pompom. Mein Pinata Blanco Blanco White ist empty, so ich muss mit dieser one gehen. Es hat eine strong effect, aber ich habe keine Ahnung, wie strong es ist. Also, ich gehe jetzt mit den Farben nochmal überall rein, gucke immer da, wo ein paar Lücken sind, fülle nochmal auf, tropfe nachher nochmal ein bisschen weiß rein. Also, immer abwechselnd, ihr könnt einfach zuschauen und ja, wie gesagt, mit dem weiß, ich habe keine Ahnung, wie stark das nachher bei dem Harz rauskommt. Lassen wir uns einfach überraschen. Also, egal was nachher rauskommt, die Seite finde ich schon richtig cool. Das hat was von einer Feuerblume. So, no matter how the end result is, I love this side. It looks like a, I don't know, fire flower, I don't know, I just love it. So, it's the next day, we are ready to demold and now let's see, let's see how it looks. Also, nächster Tag, wir können entformen und dann lasst uns mal schauen, wie das Ganze aussieht. Yay, mit dem Glitzer. Was ich total cool finde, ist, dass das Gelb in die Mitte gezogen ist. I just love it with the glitter and the red and the yellow. I think it's pretty cool. I just need to do a topcoat because my mold, I poured, I don't know, 50 times, I have no idea. It gets a little bit mad. So, I will do a topcoat and then I will show you the end result. Ich muss also noch einen topcoat machen, meine Form wird ganz langsam ein bisschen matter und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ich hoffe, sie gefällt euch genauso wie mir. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch, ein Abo auf meinem Kanal, wenn ihr wollt und bis zum nächsten Video. So, I hope you like the result as much as I do. Leave me a thumbs up, subscribe to my channel and I will see you in the next video. So, I'll see you in the next video. Untertitelung des ZDF, 2020